Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Riding Tales mit der lieben Daisy Moon. Diese hält heute aber ihre Klappe und ist nicht im Zickenmodus. Ja, ja, aber nur weil ich muss und nicht weil ich das will. Ja, ist gut Daisy, mit dir befassen wir uns ein anderes Mal wieder. Was es mit diesen zwei Pferden hier hinter mir auf sich hat, werde ich am Ende des Videos noch sagen. Jetzt erstmal, ich habe heute zwei Themen für euch. Einmal die Clubgründung mit einem Free-to-Play-Charakter werden wir uns anschauen, beziehungsweise ob das überhaupt geht, ob es Gems kostet und so weiter. Und falls es nicht geht, beziehungsweise wir werden uns das trotzdem angucken, auch wenn es geht, wie ihr drei Tage kostenlos VIP werden könnt und wie ihr das Abo kündigt, bevor euch Geld abgezogen wird. Klingt jetzt verwirrend, ist gar nicht so kompliziert. Ich zeige euch das und ich hoffe, es hilft euch. Deswegen würde ich sagen, legen wir erstmal direkt los mit der Clubgründung. Wenn wir hier unten auf die Pfeile gehen, können wir hier ja auf Pferdevereine. Ich kann jetzt hier einen Club erstellen, wenn ich das möchte. Ich kann hier auch drei verschiedene Farben wählen. So wahnsinnig viel Auswahl ist... Oh, nee, es sind tatsächlich mehr als drei verschiedene Farben. Hier könnte man auch auf Random klicken, dann wird hier einfach irgendwas ausgewählt. Jetzt muss ich hier einen Namen eingeben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob man ein Leerzeichen... Nee, kann man nicht. Okay, dann machen wir es so. Ich habe mir überlegt, Moonstars, was so viel wie Mondsterne bedeutet. Name ist verfügbar, steht jetzt hier. Ich hoffe, ich kann den dann auch nehmen. Und gleichzeitig, wenn man das jetzt halt im Englischen, könnte man auch Monstars sagen. Also Moonstars und Monstars sozusagen. Ich finde das Wortspiel einfach lustig. Dass wir so kleine Monster sind. Ich meine, Daisy ist ja so eine kleine Zickentussi. Finde ich den Namen ganz passend. Und Moon natürlich, weil beide ja Moon mit Nachnamen heißen. Und Sterne, ich liebe den Sternenhimmel. Also passt das alles. Von daher wäre das der Club Moonstars, sofern es funktioniert. Wir können hier noch eine Clubbeschreibung machen. Ich kann ja schreiben, Club der Zickentaisy. Das wird sie zwar nicht so toll finden, aber jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich auf Erstellen klicke. So, schauen wir mal. Ah, ich darf den Namen nicht nehmen. Ach Mann, ist das ärgerlich. So, scheinbar darf ich den Namen Monstars nehmen, was jetzt zwar komisch klingt, aber im Prinzip auch das Wortspiel Monstars begreift. Man kann ein Leerzeichen machen, man muss nur ein Großbuchstabe machen. Wenn man keinen Großbuchstabe mehr macht, tut er das als ein Wort nehmen. Aber scheinbar darf ich das Wort Moon nicht verwenden. Ich weiß nicht, warum. Jetzt hat er hier gemeckert, dass ich Zickentaisy nicht schreiben darf. Ähm, wahrscheinlich wegen dem Wort Zicke. Ich schreibe nur Hallo rein. Also, das ist doch nicht wahr. Oder gar nichts. Hallo. So, darf ich das benutzen? Aha. So. Jetzt würde tatsächlich bedeuten, ich müsste tatsächlich 350 Gems ausgeben. Sie benötigen einen Token, um einen Club zu erstellen. Der Token wird nicht verbraucht. Übrigens können VIPs kostenlos Clubs gründen. Okay. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Weil man hat mir auch schon gesagt, ich habe ja nicht so viele Diamanten. Dass es gar nicht so viel kosten würde, aber dass es nur so angezeigt wird. Aber ich glaube, das kostet schon so viel. Das kriegt er jetzt nicht auf die Reihe, weil ich habe keine 350 Diamanten. Ich hatte 40 Diamanten oder sowas. Ich glaube, ich habe das Spiel geschrottet. Mal wieder. Wir stoppen das mal. Also, das ist jetzt hier, dass man hier so viele Wörter nicht benutzen darf, ist echt nervig tatsächlich. So, dann gehen wir jetzt tatsächlich zum nächsten Thema über. Nämlich, wie werde ich VIP? Und zwar könnt ihr hier im Shop, ist es glaube ich, genau, den VIP Pass machen. Ihr könnt hier kostenlos ausprobieren. Drei Tage lang kostenlos testen. Danach, nach diesen drei Tagen, werden euch direkt, also bei mir sind es Franken, bei euch sind es Euro. Nach diesen drei Tagen werden euch direkt diese 10 Euro abgebucht. Und dann jeden Monat immer wieder 10 Euro. Das müsst ihr im Kopf haben. Es sei denn, ihr kündigt das Abo vorher. So, jetzt gehen wir mal hier auf kostenlos ausprobieren, was passiert. Ähm, genau, beginnt heute. Äh, okay, hier steht das erste Jahrzehnte. Ach, wahrscheinlich bis zum ersten Zehnten, weil es wäre jetzt der 28., der 29., der 30. Und am ersten Zehnten würde es dann abgebucht werden. Versteht ihr? So, genau. Und, ähm, es fallen keine Kosten an, wichtig, wenn du das Abo vor dem ersten Zehnten kündigst. So, sie senden noch eine Erinnerung. Ähm, meine Daten hier blende ich aus. Also, da werde ich was drüberlegen, dass ihr das nicht sehen könnt. Auch wenn es nicht die ganzen Daten sind, aber dennoch. Und dann müsst ihr tatsächlich hier auf Abonnieren gehen. Ich weiß nicht, wie es bei iOS aussieht. Das kann ich euch leider nicht sagen. Bei Android sieht es so aus. Und, ähm, ihr müsst auf Abonnieren gehen. Ihr müsst da Zahlungsdaten drin haben, eine Kreditkarte oder ich weiß nicht genau, was das Abo akzeptiert. Und, ähm, so. Okay, sekundäre Zahlungsmethode könnt ihr machen. Nein, danke, das braucht ihr nicht. Jetzt wird das Spiel neu geladen, weil wir jetzt VIP sind. Für drei Tage. So. Ich zeige euch auch gleich, wie man das Abo wieder kündigen kann. Jetzt schauen wir erst mal, ob wir den Club gründen dürfen. Ich bin gespannt, ob wir das so ein bisschen austricksen können. Oh, das bleibt zumindest gespeichert. Also die Monstars, sozusagen. Ich spreche das jetzt absichtlich so aus. Ähm. Und ich gehe jetzt mal auf Erstellen. Fordern sie ihre zweite Woche VIP-Prämien an, um kostenlose Clubs zu gründen? Aha. Also man muss eine gewisse Zeit VIP sein. Wie ist das denn, wenn ich hier draufgehe? Äh. Wo bin ich denn hier jetzt? Aha. Also das kann ich alles überhaupt gar nicht abholen. Weil ich so lange gar nicht VIP bin. Okay. Ich verstehe. Das ist alles jetzt. Das haben sie sich natürlich gut ausgedacht, dass man das nicht ausnutzen kann. Jetzt gehen wir noch einmal gucken, ähm, wie ich hier diesen komischen Token bekommen kann. Was muss ich denn dafür machen? Ja, ich bin nicht lang genug VIP, damit ich das jetzt machen kann. Ach so, da müsste ich jetzt... Ah, das lädt immer noch. Okay, schade. Ich hatte gehofft, man könnte das System so austricksen. Das heißt, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, müsst ihr tatsächlich 350 Gems anstreben. Sparen oder eure Eltern fragen, ob ihr die kaufen dürft. Würde ich aber nicht machen. Dann spart sie lieber durch das tägliche Einloggen oder so und gründet dann euren Club. Ich finde tatsächlich 350 Gems sehr teuer, weil was kosten die momentan, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt einen Club. Ja, dann müsste ich sogar tatsächlich das hier entweder kaufen oder ich kaufe mir das hier und das hier zweimal, wobei ich dann auch gleich das hier kaufen kann. Ja, ich finde es zu teuer tatsächlich. Jetzt schauen wir mal, wie kündige ich mein Abo. Dazu müsst ihr tatsächlich aus dem Spiel rausgehen. Ich mache das jetzt mal eben. So. Dann müsst ihr in euren Play Store gehen und nicht nach Horse Riding Tales suchen. Das machen viele falsch. Ihr habt im Play Store diese drei Striche hier oben. Ich weiß nicht, ob die immer auf der linken Seite sind. Vielleicht sind die auch mal auf der rechten Seite. Aber normalerweise habt ihr die hier irgendwo an der Seite. Da könnt ihr dann auf Google Play gehen. Und jetzt könnt ihr hier auf Abos. Ganz wichtig, Abos. So, hier seht ihr jetzt mein altes Abonnement von Animal Crossing Pocket Camp. Alle, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich da mal eine Zeit lang so ein 3 Franken Abo hatte. Und jetzt habe ich hier Horse Riding Tales. Da kann ich jetzt drauf gehen. Wenn ich da drauf gegangen bin, dann kann ich hier ganz unten machen Abo kündigen. Meine Daten werde ich hier jetzt wieder ausblenden. Also da werde ich was drüber legen, damit ihr das nicht sehen könnt. Ihr müsst es dann am 30.09. kündigen. Also am besten einen Tag vorher. Damit euch nichts abgebucht wird. Anders habt ihr die Möglichkeit nicht. Dann könnt ihr da unten auf Abo kündigen gehen. Dann möchten sie hier noch Gründe wissen. Da könnt ihr entweder machen keine Angabe, wenn ihr nichts sagen wollt. Oder Kostengründe, weil es euch zu teuer ist. Und dann könnt ihr machen weiter. So, dann wird am 1.10. mit dem Ende des Abrechnungszeitraums wirkbar. Bis dahin kannst du deine Meinung jederzeit ändern. Also ihr könnt im Prinzip, also das Abo bleibt tatsächlich bis zum 1.10. Das läuft jetzt automatisch. Wenn ich auf Abo kündigen gehe, dann seht ihr hier. So, wird zum 1.10. beendet. Das ist wichtig, dass das dasteht, weil dann wird euch nichts abgebucht. Dann habt ihr kein Geld bezahlt und ihr müsst kein Geld bezahlen. Und dann habt ihr eure drei Tage kostenlos VIP. Wobei wir gesehen haben, mit Einschränkungen. Denn den Club könnt ihr deswegen leider trotzdem nicht gründen. Das war mir jetzt einfach wichtig zu wissen. Ich gehe nochmal ins Spiel rein. So, und da bin ich jetzt wieder mit Daisy Moon. Ihr seht, sie ist immer noch VIP. Am 1.10. wird das beendet. Dann bin ich kein VIP mehr. Und es wird mir auch nichts abgebucht. Ich muss nichts bezahlen. Aber ihr müsst halt, wenn ihr das Abonnement abschließt, sozusagen. Auch wenn es die drei Tage kostenlos sind, zählt das trotzdem als Abonnement. Müsst ihr halt trotzdem eine Zahlungsangabe machen. Weil, wenn ihr das Abonnement nicht beenden wollt, dann läuft das automatisch. Wenn ihr euch unsicher seid, dann fragt eure Eltern. Ihr könnt dieses Video auch gerne euren Eltern zeigen, damit sie wissen, wie es funktioniert. Ihr müsst einfach im Google Play Store, wiegt sich, dass das nur für Android gilt. Bei iOS ist es wahrscheinlich ähnlich. Da habt ihr wahrscheinlich auch eine Spalte für Abonnements. Aber da weiß ich tatsächlich nicht, wo es ist. Da müsstet ihr eventuell danach googeln oder euch sonst irgendwie schlau machen. Oder eben mit euren Eltern zusammen machen, damit ihr die drei Tage kostenlos bekommt. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz zum Stall. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, ich habe hier zwei Pferde. Und eigentlich hat Daisy Moon ja nur ein Pferd, nämlich Schneeflocke. So, hier ist meine Schneeflocke. Da gehe ich mal kurz drauf. Schneeflocke ist Level 23. Ich habe 297 Äpfel. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber ich werde jetzt tatsächlich Schneeflocke alles wegnehmen. Das Zubehör. Und dann werde ich aus dem Stall wieder rausgehen. Und werde sagen, tschüss Schneeflocke. Denn ich habe mir hier ein Einhorn gefangen, was im Moment für Daisy Moon tatsächlich eines der besten Pferde ist. Weil es ein episches Pferd ist. Und es sieht halt Schneeflocke sehr, sehr ähnlich. Man sieht das jetzt hier von der Seite so ein bisschen, dass es ein Einhorn ist. Und dann würde ich einfach sagen, Schneeflocke digitiert zu einem Einhorn. Sie liebt Daisy Moon so sehr, dass sie sich in ein Einhorn verwandelt hat. Und deswegen wird hier Schneeflocke jetzt einfach... Das ist gemein. Weil ich will... Ich weiß nicht, ob ich den gleichen Namen verwenden kann. Wir werden es rausfinden. Weil ich muss ja hier jetzt einen Namen eingeben. Und ich wollte es einfach wieder Schneeflocke nennen. Das habe ich befürchtet, dass das nicht geht. Doch Schneeflocke mit 2 E. Schneeflocke. Du heißt jetzt Schneeflocke. Oder auch einfach Schneeflocke. So. Jetzt muss ich dich tatsächlich leveln. Und ich weiß nicht, ob es reichen wird. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Nein, es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Oh nein. Ach, verdammt. Okay. Dann muss Schneeflocke sich noch ein bisschen beweisen. Weil ich glaube, ich kann das jetzt immer noch nicht verkaufen. Nein. Okay. Also, ich werde tatsächlich Schneeflocke mit einem E verkaufen. Sofern Schneeflocke mit 2 E ein hoch genuges Level hat. Und dann ist das praktisch, ist praktisch diese Schneeflocke zu dieser Schneeflocke geworden. So habe ich mir das gedacht. Und irgendwann werden wir uns dann noch weitere Pferde mit Daisy Moon fangen. Aber momentan ist es für sie, glaube ich, als Free-to-Play-Charakter besser, nur ein Pferd zu haben. Und da ist ein episches Pferd natürlich sehr praktisch. Dann habe ich noch ein paar Grüße für euch. Ich grüße ganz herzlich Mirja Lange, Storm Dreamers Club, Katrin Bauer, Apokurt, Bella Destiny, Pixel Horse und Victorias Kanal. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem Video. Und falls ja, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye.